gut dann zusätzliche dinge wie gesagt ein weg der kommentare kommt danach somnas sculpt workshop beta als ob da jemals das ding aus der beta kommt ich meine wie alt das ist das spiel bzw dieser workshop gab es nicht von anfang an ja aber der kam später also was ist das das ist eigentlich nur ein ding möchte bitte kakausern das kann ich nicht versprechen also an sich ein level editor mit dem man sachen herumtreiben kann man bekommt auch achievement tatsächlich für einige dinge das heißt man kann vom pc im modell importieren dementsprechend was herstellen dann damit wenn man das modell hier hat sehr schön ich denke das ist der fotos ordner wirklich in dem auch standard bilder drin sind ja was ist da drin eigentlich da kann man alles hochladen dann die community also dadurch lebt auf das spiel eigentlich viel oder hat zumindest länger gelebt ich denke nicht dass es heutzutage oft gespielt wird und dann natürlich wenn man eigene gegenstände entwickelt hat kann man auch hier wirklich das ganze level bauen man kann sich auch an den sachen die bereits existieren bedienen diese einbauen quasi wie im normalen spiel hinklatschen ich brauche mal nicht kissen nee nee den würfel kann man ja nehmen ich brauche was anderes ich brauche das hier genau ich brauche das ja also das schwebt ja ein bisschen größer vielleicht so zack tragen wir das ziel mal dahin kann ich hier fliegen ah jetzt schreibe ok steuern ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig so da kann ich mein ziel rein tun so basteln wir mal was schönes ist das greifbares ding oder das da ich habe es vergessen das ist kein greifbares exit q noch mal so zack was sonst noch schönes gut das muss wahrscheinlich eh basteln mit was das auch connected wird sonst ist ja nix den ganzen raum kann man noch bauen sehr schön so klar trigger und sehr schön gell und dann kann man natürlich auch das level testen akut ein timer gibt es hier gut dass ich mit nichts verbunden deswegen müsste es auch nix aus ja ich weiß sehr schön das level habe ich gebaut aber moment ich kann aber den mond hier nicht greifen ok das hätte ich wahrscheinlich anders einstellen müssen gut zu wissen und aber den käse kann ich nehmen oder fliegt hier in dem level gibt es keine schwerkraft und schon habe ich es geschafft also hier kann man auch ganz lustige dinge machen aus mehr besteht der raum tatsächlich nicht eine nachricht oh achso achso okay ich kann hier nachrichten schreiben gut aber auch sonst mehr besteht das ganze nicht das heißt wie gesagt hier kann man schön selbst was entwickeln sehr schön dann schauen wir kurz noch ne nicht option hauptmenü den multiplayer an es gibt zwei modi hier da habe ich alles gell nicht da da ja da habe ich alles mehr spieler gibt es einmal den koop modus wo man tatsächlich den story modus den wir auch gerade wieder gesehen haben zu zweit auch spielen kann kann man sich einfach erstellen und fertig ansonsten gibt es auch ein battle royale modus okay die schrift verkackert bei mir ähm ja keine ahnung was das genau ist ich habe mal ob ich welche spieler finde wenn ja schauen wir uns das kurz an ansonsten bin ich gleich wieder für euch da ansonsten bin ich gleich wieder für euch da ansonsten bin ich gleich wieder für euch da okay ich habe etwas gefunden wo ich nicht weiß was what the f what the f also man sieht man kann hier schon verrückt die dinge bauen okay hier lande ich wieder am anfang hier kann ich nichts machen oder was ist das what the f okay bringt mir das was hier zu sein nein gell what the f das ist überhaupt irgendjemand spielt ich weiß noch nicht genau wo ich überhaupt hin muss oder was das hier alles ist aber es gefällt mir ich muss nah dran sein sonst kann ich nicht benutzen schon wieder diese unsichtbarkeit sehr schön nicht runterfallen bitte noch ein bisschen größer den zweiten wäre vielleicht ich auch gerne was ist denn mal hier da ist oder sehr schön von der anzeige her ist das level aber relativ groß gell also ich denke ich muss hier hin okay 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 Gummienchen ah Gummienchen ah Gummienchen ah Gummienchen wo ist denn der Ausgang von diesem Saftladen aber da ist etwas da ist etwas okay was haben wir hier drei Räume okay schon wieder Gummienchen so wieder Gummienchen ach sie machen das Spielchen jetzt welche Türe ist richtig da okay hier komme ich gut durch hier komme ich gut durch hier komme ich gut durch also ich höre die Gummienchen immer noch echtes direkt am richtigen erzählen wir nichts doch die anderen haben Mauern also ich kenne das selber wirklich also ich bin grad sowieso überall hier ja einfach nur ein riesen Ding aber sonst nichts anscheinend bin ich auch gut dabei wir brauchen auch immer hier ein Würfel ist hier ist ein Item wieder Gummienchen Gummienchen personality schism detect okay warum auch immer so was wollt ihr hier von mir kann ich das nehmen ja kann ich das nehmen ja so sehr schön da geschafft Antigravity aktiviert sehr schön ich habe Antigravity was wird hier wieder verrücktes gespielt also ihr seht was die Community hier alles basteln kann ja 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 bitte nicht erschlagen okay hier soll man damit durch blöder Mond geh weg nein hoch mit dir ja geschafft geschafft komm runter ja ist das das Ziel? ich denke das ist es sehr schön gut anscheinend egal wer drin ist im Spiel albert nur ein bisschen rum also nicht wirklich ein Battle Royale hier aber es war trotzdem schön mal ein Level vom Spieler zu sehen über die Average Session complete Requirements für expensive and complicated new functionality clearly demonstrated thanks a lot na stimmt man kriegt ja Punkte hier und mit diesen Punkten kann man sich ja kosmetisches Zeug holen Multi patient mode irresponsibly initiated these minimal arena like aesthetics gut das ist aber wäre dasselbe Level oder? nein ist ein anderes Level okay was für eine Mucke das macht gerade echt Laune jetzt fesselt mich das Spiel damit ich wollte nur kurz zeigen Antigravity activated okay Antigravity dann zeig mal was ist das hier? vielleicht das was ich nicht weiss was es ist? Unsichtbarkeit oder sowas? okay hier kann man hoch ja hier sind sie schon lustig bestimmt hier war so viel Chaos ah was ist denn? was ist denn? personality schism detected was? das stört mich aber hier das ist mir zu eng personality schism detected ja ist okay boah das stresst ein bisschen aber ja 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 oh hier ist ja nicht unbedingt da ist sowieso mein Partner hier im Hintergrund bleibt das alles cool aber trotzdem ich finde das ganz witzig begeistert mich gerade und dadurch sehen wir ja auch ein paar Level die die Freunde der Nacht hier gemacht haben Jungs hört auf mit dem Gummi-Engine okay man muss tatsächlich lang genug in der Nähe sein okay äh ja gib mir mal das hier also wie gesagt kein Battle Royale weil ja ist halt niemand da klar ich schau gleich ob ich noch andere Partien finde wo vielleicht einer aktiver ist oder sogar mehrere in einer Gruppe sind statt statt nur einer dann schauen wir mal irgendwie bezweifle ich langsam dass das wirklich ein menschlicher Spieler ist oder ist das vielleicht einfach nur ein NPC der einfach nicht damit umgehen kann ah ok sehr schön ah hier kann man schön chillen boah Popcorn ich hab mir von der Woche eigentlich Popcorn geholt ständig Lust darauf aber ständig kommt irgendwas anderes weswegen ich es doch nicht mache ich guck mir jetzt auch die Items noch an ok wieder dieses Anti-Gravity hier äh zu früh diese Anti-Gravity funktioniert aber seltsam äh kann ich hier was zusammen basteln oder nicht so ich weiß gar nicht wie es dieser Offizier weiter geht Physik Malfunction Alert Please wait while corrections are applied oder muss man so machen oh guck mal noch ein Spieler oh noch ein Spieler ja schon wieder dieses Duplikations ja so sehe ich aus na super nein nein will ich gar nicht nein keine Gummihänchen alter meine Klone machen mich verrückt ok da gibt es nichts aber wie komme ich denn hier weiter das verstehe ich nicht ganz nein keine Gummihänchen wie komme ich denn hier weiter ah warte 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 da oh Gott sei Dank doch sowas gefunden das kann ich im Block benutzen und damit immer höher kommen zack sehr schön äh den Block brauche ich nochmal wunderbar zack und bye bye ach hier muss wieder große Atmosphäre sehr schön ja hier Gummihänchen ganz sicher macht es gar nicht krank mäh mäh so schön durch schön durch und hopp äh komm schon weg hier was haben wir hier Anti-Gravity activated sehr schön aber jetzt kannst du mich wieder runterlassen kannst du danke sehr schön aber schöne Dekoration auch also man hat nicht nur das Level gemacht was ist das denn hier WTF ist das hier ich habe keine Ahnung was das gerade war aber es hat mir gut geholfen ich finde es toll warum gab es das nicht im originalspiel danke 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 was für ein geiles Schwimmbot komm hier händchen komm hier händchen so meine Konkurrenz haben sich ja mittlerweile ein paar gesammelt also Spiel doch da wird es so alt ist sammelt trotzdem sich einige hier sehr schön ist natürlich eine laufende Partie deswegen bin ich etwas vor aber sehr schön doch doch ich denke die anderen beiden sind etwas aktiver ich halte noch ein Level wenn die dabei sind dann haben wir zumindest mal richtige Konkurrenz dann kann man auch so richtig abgehen chillig kann auch mal machen ah hier kann man ja schauen mach klein aktiviert ja ok bestimmt gibt es auch 100 Lösungen für die verschiedenen Passagen bei diesem PVP geht es ja weniger anscheinend um Ding um wirkliche Rätsel über die Average Session complete eine Rekognition von deinen Efforten wird in der Form einer extensiven Audit um die Malfeasanz und oder Fraude danke 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 personality schism detected so viele Traummünzen personality schism detected ich guck mal wie viel der ganze Kram kostet Somna Sculpt Group Therapy Assets prepared Waiting Room Protocol in Effekt ok auch schön so eine kleine Lobby also wir haben ein paar ein paar aktive Spiele auch dabei der Infinity Loop keine Ahnung was der macht der bewegt sich ja ab und zu wie gesagt ich denke langsam das ist ein NPC make small activated oh hier sind einige achso ja es sind einige ja jetzt sehe ich es auch ja aber das Ding gefällt mir am meisten da haben sich was coole ausgedacht ach das Schlafzimmer dann schauen wir mal was machen wir gegen echte Konkurrenz ähm kann man die greifen kann man die greifen ja tatsächlich geil Klone Shield activated Witches Witch personality schism detected geil ja sag ich ja ist schon witziger wenn man ein bisschen Konkurrenz hat äh wo geht es weiter meine Freunde bin ich noch richtig ich denke ja ich habe gar keine Zeit die Items zu nehmen schön dass sie die Arbeit für mich machen Klone Shield activated Witches Witch das frag ich mich auch immer manchmal habe ich echt Glück ich sag ja jetzt ist spannend wohl ein paar mitmachen ja toll ja ich sehe es geht doch los so so geschafft ich kann auch sein Käse nehmen genau so wie er auch mal einnehmen kann was einmal hier schön ist da jetzt oder jepi ja das muss ziemlich groß werden stimmt was das hier was weiß man das wieder macht äh ja er ist schwierig sehe ich schon man fällt leicht nein nein toll lass es mal fallen ich nehme den Käseblock und fertig so wunderbar hier wieder durchleuchten sehr gerne mit Konkurrenz das macht Spaß ist schon mal was ganz anderes nicht nur die Level kann man begutachten scaling issue noted certain patients may be temporarily smaller than intended okay if you are currently in last place please courteously reposition all obstacles for the next group of patients after you pass through them was für was für Optical Illusions komm schon kann ich ihn noch greifen schade ich habe ihn nicht zum greifen bekommen second patient complete sehr schön aber zweiter sag ja es läuft gut also ihr seht das Spiel ist so alt und trotzdem man findet noch ein paar Spieler man kann hier ordentlich noch Spaß haben wo ist denn der eigentlich auch in der dunklen Passage okay ich würde sagen noch eins dann haben wir es dann haben wir es above average session complete if this was a competition and not a medical experiment it would have been tremendously victorious naja der zweite Platz mal ganz ruhig so auf jeden Fall ach dieser loading screen ok dann schauen wir mal multi patient mode initiated please assist Dr. Pierce in his theory of a correlation between happiness and being better at things than other people so jetzt kommen wir an dieses Spielchen ah ich sehe wann ich anvisiert werde jetzt verstehe ich es das Zeichen bedeutet wann ich anvisiert werde ok das Level kennen wir aber bereits ich sollte hier kurz abbremsen nein 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 ja ah den Teil ist neu was soll ich hier machen ok was soll ich hier machen hier ist doch hoch gekommen alter meine ganzen Klone hängen eh fest wieso hänge ich hier fest hallo ich will doch nur hier durch ich will doch nur hier durch so das reicht ist das hier zum hochkommen klappt das ja ok danke dir wohin wohin wo lang geht es denn überhaupt nach oben also hier bin ich falsch ok hier bin ich falsch oh fasse nein Mist ah ok bei der Fassade komme ich jetzt nicht so schnell durch der hält mich jetzt auf na gut war aber schön na gut war aber schön personality schism detected na ok ok hilft mir hier in dem Fall hat mir sogar geholfen hier ok hier ist der Weg schon geebnet was gibt es hier nichts besonderes ok einfach nur durch zum Ziel schaffe ich es anscheinend nicht dafür ist der Weg zu weit weg alter wieder Gummihähnchen kann ich halt was Chaos machen ja noch überholt ja der zweite Platz gehört mir wenn ich wüsste nur wo es lang geht ja hä alter ich hab grad so Schwierigkeiten Session complete for your safety a reminder that mental gymnastics have a bearing of 0% in regular gymnastics aber gut ganz witzig und schön dass wir durch zuweil ein paar Spieler gefunden haben um das auch zu sehen ok dann wieder raus und damit haben wir alles gesehen also mehr Spieler gut wie gesagt Koop ist halt Koop Story Modus sonst unterscheidet sich nichts Level Auswahl sehen wir nochmal Level zusätzliche Modi Herausforderungsmodus haben wir sogar komplett durchgespielt den Workshop haben wir uns kurz angesehen und die Entwickler Kommentare folgen dann beim nächsten Mal und damit keine Sorge heute ist nicht alle Tage ich zock wieder keine Frage bis dahin ciao bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Vielen Dank.